Die Maultrommel ist das auf unserem Planeten am weitesten verbreitete Obertoninstrument. Über einer schwingenden Zunge, ein Klang, der nicht verändert wird, entstehen helle Obertöne. Das erinnert uns an das Oberton-Singen. Da gelten die gleichen Prinzipien, wie wir ja gelernt haben. Mundraumveränderung, Zungenbewegung im Mund und Einsatz des Atems. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,